Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von PIXU und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Im heutigen Video möchte ich mit dir zusammen eine Eingrifftasche mit einem Bündchen nähen und wie das geht, Schritt für Schritt und wie du das auf andere Schnittmuster übertragen kannst, das erkläre ich dir jetzt. Wie du jetzt eine solche Eingrifftasche mit einem Bündchenstreifen nähen kannst, erkläre ich dir am Beispiel meine Schnittmusters Nadal. Nadal ist ein Hoodie-Kleid für Damen, das in der nächsten Woche auch für Mädchen erscheinen wird und zwar in der nächsten Woche Freitag bekommst du das Schnittmuster ebenfalls für Mädchen in den Größen 98 bis 164. Dieser Bündchenstreifen ist im Schnittmuster nicht enthalten und aus diesem Grund müssen wir hier am Schnittteil ein wenig abschneiden. Das Ganze kannst du auf alle Schnittmuster mit solchen Eingrifftaschen ummünzen und machst da ganz genau die gleichen Schritte. Wenn du dir selber eine solche Eingrifftasche konstruiert hast, ich habe dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir da oben unter dem i, dann geht das ebenfalls ganz genau so. Wir möchten hier jetzt einen Bündchenstreifen einnähen, der ungefähr einen Zentimeter breit fertig genäht ist. Dafür schneiden wir uns zwei Bündchenstreifen zu, die ich hier schon mal vorbereitet habe. Diese Bündchenstreifen sind natürlich in der doppelten Breite zuzüglich Nahtzugabe und in der Länge des Ausschnittes hier abzüglich ungefähr einem Zentimeter. Das sind diese beiden Bündchenstreifen, die werden gleich in der Mitte gefaltet und entsprechend hier in den Ausschnitt eingenäht. Damit der Ausschnitt nicht zu eng wird, müssen wir diesen Ausschnitt jetzt vergrößern und zwar um die Breite des später fertig genähten Bündchens. Wie bereits gesagt, habe ich hier einen Bündchenstreifen zugeschnitten, der zwei Zentimeter breit plus Nahtzugabe ist, also ist das fertig genähte Bündchen später ein Zentimeter breit und genau um diesen Wert werde ich jetzt hier den Tascheneingriff vergrößern. Ich zeichne mir mit einem Trickmarker und einem Handmaß jetzt hier diesen Zentimeter an, lege mein Schnittteil nochmal schön übereinander und kann dann gleich mit einem Rollschneider entsprechend das Schnittteil erweitern. Also einmal hier ringsherum gehen und diesen Zentimeter entsprechend vom Tascheneingriff wegnehmen. Dieser Schritt ist ganz, ganz wichtig, damit später die Hand auch wirklich noch in die Tasche reinpasst und der Tascheneingriff entsprechend nicht zu eng wird. Das Ganze mache ich jetzt hier am Vorderteil, schneide das gleich mit dem Rollschneider weg und wiederhole das für den Taschenbeutel. Wenn jetzt die beiden Schnittteile, also das Vorderteil mit dem Tascheneingriff und der eine Taschenbeutel entsprechend erweitert worden sind, dann kannst du mit dem nächsten Schritt starten, nämlich mit dem Einnähen des Bandes und des ersten Beutels. Das bedeutet, dieses Band wird jetzt einmal links auf links zusammengefaltet und auf einen Tascheneingriff aufgesteckt. Dadurch, dass das Bündchen ein bisschen kürzer ist als der Tascheneingriff, muss es gedehnt werden und das ist eben ganz, ganz wichtig, damit es später nicht absteht, näht man das Ganze im gedehnten Zustand an und deswegen kannst du es leicht anstecken, indem du sagst, du steckst es hier oben einmal in der Ecke an, setzt dir hier an der Kante die erste Klammer und machst das Ganze hier unten entsprechend ebenfalls an der Ecke und setzt dir auch hier eine Klammer. Jetzt kannst du das Ganze dehnen, sodass das Bündchen, dass dieser kleine Bündchenstreifen glatt auf dem Ausschnitt aufliegt, auf dem Taschenausschnitt und legst den Taschenausschnitt bzw. das Bündchen, je nachdem, was dir leichter fällt, kannst du das Bündchen auf den Ausschnitt legen, so ein bisschen mit der Hand fixieren und dir zur Sicherheit auch hier ein, zwei Nadeln bzw. Klammern setzen. Jetzt zieht sich das Bündchen wieder zusammen, genau das wollen wir ja auch, damit es später nicht absteht und dann geht es damit weiter, hier drauf eben entsprechend den Taschenbeutel zu positionieren. Auch diesen kannst du hier in den Ausschnitt einstecken, oben und unten und das Ganze wieder dehnen, damit es schön glatt aufeinander liegt und die beiden Klammern, die du zur Sicherheit noch gesetzt hast, zusätzlich noch einmal umsetzen. Als nächstes wird der Taschenbeutel ganz normal angenäht. Du nähst den Ausschnitt hier mit einer Overlocknähmaschine oder einem elastischen Stich an deiner normalen Nähmaschine. Achte dabei jetzt darauf immer, dass du das Ganze so dehnst, dass das Bündchen gedehnt ist, aber eben der Kleiderstoff bzw. der Sweatstoff oder der Sommersweat, je nachdem aus welchem Stoff du dein Schnittmuster hier nähst, ebenfalls nicht gedehnt wird, sondern eben nur das Bündchen und dann nähst du es hier mit dem elastischen Stich fest und kannst dann ganz normal die Schritte weiter verfolgen, um diese Tasche fertig zu nähen. Nachdem du also den Eingriff so jetzt genäht hast, kannst du den einen Taschenbeutel nach innen umklappen, sodass er links auf links auf dem Stoff aufliegt und siehst jetzt hier schon, wie der Eingriff später aussehen wird. Anschließend geht es damit weiter, den zweiten Taschenbeutel hier rechts auf rechts aufzunähen. Dafür legst du ihn, wie gesagt, rechts auf rechts auf den Taschenbeutel und nähst die große Rundung zusammen. Hast du das getan, wird dann später die Seitennaht einfach ganz normal genäht mit beiden Taschenbeuteln zusammen und eben einem Teil hier mit dem doppelten Taschenbeutel bzw. dem dreifachen und einem Stück Bündchen. Das Bündchen wird nämlich hier noch in die Seitennaht eingenäht. Und fertig ist dann deine Tasche mit einem Bündchen am Eingriff. Nachdem dann auch die Seitennaht genäht ist, sieht deine Eingriff-Tasche so aus. Selbstverständlich kannst du auch hier noch, wenn du möchtest, die Tasche von der rechten Seite absteppen. Das ist, wie gesagt, auch ganz dir überlassen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du gibst mir dafür einen Daumen hoch. Wenn du zusätzlich hier unten meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du auch kein Video, das hier jede Woche neu hochgeladen wird. Und natürlich hoffe ich auch, dass du nebenbei deine eigene Eingriff-Tasche mit einem Bündchen fertigstellen konntest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß beim Nähen. Tschüss!